Ja, ich denke, das werde ich alles für die Küche benutzen. Mal schauen. Also ich denke, sie wird heute nicht ganz fertig. Ja, das Gröbste werde ich fertig bekommen, aber es ändern sich auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Ich muss draußen auf jeden Fall Tannenzweige noch holen. Die stecke ich mir ja immer hier in die Bilder. Die habe ich jetzt noch nicht, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich werde jetzt erst einmal den Tisch abräumen. Da steht nämlich noch meine Erzdeko. Und ich mache den erst mal richtig sauber. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, ihr Lieben, unsere Küche ist jetzt soweit fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wir sehen uns am Donnerstag. Ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Bis bald.